Der familiengeführte Transportbetrieb Strauß befindet sich an einem der schönsten Plätze in Oberösterreich, in Pettenbach im Almtal. Strauß bietet Leistungen im Bereich Transport, Kran, Container, Lager und das bieten wir mit größtmöglicher Flexibilität für unsere Kunden. Unsere Philosophie ist, das Leben für unsere Kunden einfacher zu machen und das schaffen wir nur gemeinsam. Rund 50 motivierte langjährige Mitarbeiter sowie ein modern ausgestatteter Fuhrpark sind Garanten für umfassende Logistiklösungen aus einer Hand. Wir lieben es, alles was groß und schwer ist zu bewegen. Dafür stehen zahlreiche Planen und Plateauauflieger, Container-Chassis, Mobilkräne von 90 bis 200 Tonnen und diverse LKW-Ladekräne zur Verfügung. Nachhaltigkeit bedeutet für mich schonenden Umgang mit den vorhandenen Ressourcen, auch aus einer Verantwortung den nachfolgenden Generationen gegenüber. Unsere 4.000 Quadratmeter große Photovoltaikanlage erzeugt ca. 375.000 Kilowattstunden pro Jahr. Strauß besteht seit 1936 und ist seitdem ein zuverlässiger und langfristiger Geschäftspartner und Arbeitgeber. Wir freuen uns darauf, die optimale Logistiklösung für Sie zu finden und gemeinsam die gesetzten Ziele zu erreichen. Strauß bringt's! 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 Vielen Dank.